Okay. Ja, aber jetzt geht's, weil das Ding sich dreht. Hä? Was? Was? Also bei mir hat er dich geredet. Ja, bei mir auch. Ja. Ja, bei mir halt nicht. Juni. Das kann noch sein. Das klang wie ein Five Nights at Freddy's Jumps. Oh ja, Juni, mach das mal. Juni, dann. Oh. Oh, hey. Oh my god. Beautiful. Nein. Hä? Nein. Wo ist die Münster? Was? Da links. Beim... Papierflieger. Holy shit. Einfach zurückfliegen ohne zu sterben. Alter, Juni hat's, glaube ich, oder? Ohne zu sterben! Oh my god. Ich hätte dieses Scheißbrett dahin gemacht. Ihr wollt doch, dass ich mal keine Falle nehmen. Juni. Oh Juni. Wait. Wait. Haha. No way. Holy shit. No fucking way. Off geht's. Dino? Ey, ich hab nichts gesehen wegen der Scheißkamera. Holy shit. I'm holding. Joni! Shit? Nein! Jonathan! Ach, diese Sche... Juni. Ich fähne... Mit meinem nächsten Item fähne ich diese Scheißflugzeuge, ey. Gar kein Bock. Ja, cringe, honestly. Cringe. Lol. Juni. Ah, Tino ist so mad. Ich bin am Molden. Wait, ich lebe! Was? Um alles in der Welt... Hä? Das ist gerade ein AFK-Warning bei einer Sekunde, by the way. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Bro. Juni, was? Ja, thank me later, Bro. Alter. Ja, danke. Das ist halt jetzt gar nichts. Ich seh, Alter. Ja, aber er sieht halt gar nichts. Ich seh, Alter. Okay, warte. Cringe. Ja, mach... Wirst du quälen mich doch nicht so? Oh Gott. Ach, ich... Ich hab nicht mal auf mich geschaut. Ich bin einfach wundengelaufen. Junge, das ist eif... Äh! Ohohohoho! Das könnt ihr doch nicht machen! Du bist gleich geslammt von irgendeinem... Joni, I'm coming! Tolle Wutertan. Junge... Was? Was? Ah... Was? Nein! Nein! Fucking sanity! Lul! Nein! Junge! Junge! Ich bin so gefickt, man! Was? Joni? Wild! Oh! 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 Das geht halt nicht! Wie willst du da nicht kommen? Ich bin sooo kacke! Was kommt von hier? Ja, du musst... Wenn du jetzt einfach runterrutschst, dann geht's nicht. Du musst wirklich aktiv springen, dann wieder zurücklenken und... Ja, genau so. Und dann ein, im Bandsprung und hoch. Ja, genau. Skler, Digga! Skler! Ja, dir ist genau dasselbe passiert. Skler, Digga! Skler! Hier ist derselbe Scheiss passiert. Julian, du kannst da Digga rein. Zwiefern! Das war soo Ehrenlos. Das war soo... Fucking Ehrenlos. Ja doch, ja doch. Alles gut. Hahaha. Das war so verdient, Julian. Da 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 da. Du verreckst jetzt daran. Ja, probably. Ah! Unlucky. Ja, probably. Junge. Jetzt sind wir nicht vergessen, dass die Blume böse ist. Wait, wo kommen... Ah, hier. Hä? Hä? Nein! Wir sind so... Ich hab dran gedacht und bin gesprungen. Aber wir haben alle gesprungen. In dem Moment und hatte halt meinen Schwanz erwischt. Das war lucky. Ich kann sowas nicht. Also so Präzension ist gar nicht mein Zug. Präzension. Ich hätte mich fast eingekackt. Ich kann sowas legit nicht. Ja, schau. Okay. So basic, sorry, aber das ist echt. Danke für die Porte. Oh god, Julian. Nein, Wasser! Hey, woran? War das die Blume oder wurdest du zerquetscht? Ja, aber die Blume war zu spät für die Animation. Hä? Wer? Oh, ich... Ah! Das ist Karma. Nee, ich sterb nicht. Jo, nein! Jo, die... nein! Ich bin aufs neuen Leben. Was soll die Finn? Ja, ich... Ich mach da sowas rein, was... Ja, schau, schau, schau! Tino, komm! Mach doch nur, was die Map interessant macht, Tino. Hier irgendwo. Das ist literally das Ziel. Ja, mach, 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 mach... Mach der Tino mal sowas! Mach der Tino mal sowas, ich dacht, er hätte... Mach nur, ich muss da an! Vor allem so ganz am Ende, das Jackpack juckt doch eh nicht! Ja, man macht so einen... Und der Tino, es klingt es nicht rein! Spaß? Nicht mit mir! Das war nicht ich! Ich hatte keine Falle diese Runde. Hahaha! Julian! Manchmal bist du einfach, manchmal bist du einfach crazy. Ich kann nicht mal mehr schreien, Alter. Wer hat das passiert? Der Julian. Ich glaube, der Julian stirbt einfach gerade. Man hört gar nichts. Ich dachte, ich bin gerade dreimal tot. Der ist gerade einfach aufgestanden. Einfach geht einfach. Springt gleich aus dem Fenster. Ich kann nicht mehr wüßen und alles weh. Das war richtig, richtig. Ich habe mal keinen Bock. Bleib auf dem, bleib auf dem. Nee, doch nicht, geh runter, geh runter, geh runter. Markus, Vorsicht. Markus. Ja, genau, da habe ich eben auch gestorben. Du hast mir so Angst. Die Angst vor dem Markus, die sind enorm gerade. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh, der Pfeil. Oh, oh mein Gott. Bei mir wurde er getroffen. Nee, bei mir nicht. Oh mein Gott. Nee, du hast es geschafft. Es war noch drin, aber es war so knapp. Ja, da kann man dann später was anderes hinmachen, wenn es zerbrochen ist. Oh, schau, das ist so close. Das ist gar nicht dein Ernst. Tino. Wie jetzt? Mir gefällt diese Feuer-Maschine nicht. Danke für die Demonstration. Boah, okay, die ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wo die gehen soll. Jodi, ich habe es dir demonstriert. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es sieht so möglich aus. Doch, es ist möglich. Du kannst einen Zwischensprung machen, wenn das Ding ganz oben ist. Das geht schon, aber es ist sauschwer. Junge. Gut, dass wir es kollektiv gemacht haben. Das ist scary. What the fuck? Hilfe. What the fuck? Ähm. Was, Söhne? Nein. LOL. Wait post bottom. No shot. What? Das ist so dumm. Das ist insane. Oh Gott. Junge, das ist einfach das Schlaueste, was du in deinem Leben geplaced hast. Diese fucking Rettungsplattform. Ja, ne? Also, wie oft du schon draufgegangen wärst, deswegen ist es crazy. Das ist so cringe. Oh, okay. There is no fucking way. There is no way. Ach du Scheiße, es ist gar nicht so leicht. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Wow. Rotel. Junge. Ich finde, es geht nie gut aus. Ja, Rotel geht nie gut aus. Hey, you're gonna make it feel nice. Oh, nice one. Oh, jetzt haben wir's. Ja, jetzt, jetzt, jetzt hattest du's haben. Ja, wobei, da sind noch einige Stacheln. Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott, die sind actually nervig. Kann ich hier hinstellen? Ja. Ja, ja. Perfekt. Keine Ahnung. Weizen Panic Place. Oh, äh. Ach so, jetzt. Oh, äh. Oh Gott, das ist disgusting. Ich hasse alles. Oh, die Anfangssprünge ist ja mittlerweile easy. Ich habe nichts gesagt. Nee. Ey. 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 Äh. Ich dreh durch. Warum ist er eigentlich mein Ding langsamer als das Hand hat er? Der Boxhandschuh wurde fucking getriggert von der scheiß Falle und ich wurde dadurch umgebracht. Moment, warum bin ich abgestiegen? Ich Idiot. Das Schwerste hast du schon geschafft. Oh my god. Hahaha. 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 What the fuck. Nein, Alter, das war einfach, das war eine Innenrichtung. Das ist ein Misstrau... Ah, fuck. Hahaha. Da geht's runter. Hahaha. Aber es ist zwei. Ich wusste nicht, was du mich erwartest. Hahaha. Jetzt geht's aber klar. Hahaha. Finden. Jetzt geht's aber klar. Hahaha. Ich wusste nicht, dass man da sterben kann. Hahaha. Wie er so da durchgefallen ist. Hahaha. Hahaha. Ja. Jeep die Flwer dance. Ja. Die Strikalik! Wie ich die Flwer ö栗 carbwchen seguroon 얼 diskutiert. Ich habe die Flwer klickendest. Bis zum nächsten Mal.